Wir haben Glück, es hat aufgehört zu regnen, für uns war es kritisch in der Anreise genau da, der Starkregen, da sind uns das ein oder andere richtige Decker in der Frisur weggebrochen, auf jeden Fall. Haben wir Glück, dass es jetzt trocken ist, wir lassen ein bisschen die Sonne rein, es ist eigentlich ab 19 Uhr strahlender Sonnenschein, wir lösen das musikalisch mit den Beach Boys, the California Girls.